Für euch Kreisläufer ist es unglaublich wichtig, dass ihr einen Schuh habt, der stabil ist, der euch bei schnellen Drehungen unterstützt und ebenfalls dazu im Sprung. Deswegen habe ich hier für euch die Top 5 Schuhe für den Kreis. Als ersten Schuh habe ich hier für euch den Puma Eliminate SQD für euch. Der hat diese Squared-Sole, also dafür steht SQD. Das haben wir hier wieder mit so einem Foam, dass er von innen richtig schön weich ist und euch gut dämpft, aber gleichzeitig stabil ist. Die Sohle gibt da eben überhaupt keinen Schritt nach. Als nächsten Schuh haben wir hier den Stabil X Next Generation für euch. Der Schuh ist ein absoluter Go-To-Schuh, den haben wir schon für euch im Rückraum. Der Schuh ist stabil nach außen, hat eine gute Dämpfung, unterstützt euch bei euren Bewegungen und ist auch im Sprung aktiv. Über das Colorway lässt sich natürlich ein bisschen streiten. Ich persönlich finde das cleane Weiß besser, aber es ist technisch ein unglaublich guter Schuh. Ein zweiter Schuh feiert sein Comeback nach dem Rückraum. Das ist der Essex Blast FF. Der Schuh glänzt aus der Essex-Reihe für Stabilität. Dazu haben wir hier wieder die Sohle, die uns nach außen hin sehr gut schützt. Der Schuh ist sehr leicht. Es dient eher für die Kreisläufer, die etwas agiler sind, mit schnelleren Bewegungen. Und dafür ist dieser Schuh einfach perfekt geeignet. Als nächstes habe ich hier den Mizuno Wave Momentum für euch. Den gibt es einmal in der Mid-Cut-Variante und einmal in der Low-Cut-Variante. Das hängt davon ab, wie viel extra Stabilität ihr in euren Knöcheln braucht, um eure Sprunggelenke zu schützen. Ansonsten hat er die typische Mizuno-Sache. Da haben wir hier die Wave Sohle, die unglaublich gut dämpft. Der Schuh ist nach außen hin sehr stabil. Vor allen Dingen auch noch mal in der Mid-Cut-Variante und hilft außerdem gut beim Springen. Als nächstes habe ich für euch den Camper Attack 1 2.0. Der Schuh ist besser als der Name. Wir haben einen stabilen Schuh mit einer guten Sohle, die hier mit dem Michelin zusammen entwickelt wurde. Der Schuh ansonsten ist sehr leicht. Er ist ähnlich wie der Essex für eher leichtere Kreisläufer geeignet, die eher über ihr Tempo kommen. Wenn du eher kräftiger und muskulöser bist, dann brauchst du einen Schuh, der dich deutlich mehr unterstützt. Der Schuh ist dafür da, wenn du klein, schnell und wendig bist. Unser Favorit ist hier der Essex Blast FF. Der Schuh ist, wie ich schon im Rückraum sagte, eine Riesenüberraschung. Er sieht im ersten Moment überhaupt nicht stabil aus. Aber wenn man erstmal in diesem Schuh drinsteht, ist es unglaublich schwer umzuknicken. Und er unterstützt bei jeder Bewegung, die du machst. An die Kreisläufer unter euch. Welche Schuhe bevorzugt ihr? Seid ihr eher Team etwas schwerer und stabiler oder Team leichter? Schreibt es uns in die Kommentare.